happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute gewusst haben und herzlich willkommen bei reddoggambles ich spiele aber wieder free fire max ich werde als erstes bär spielen oder bär ranket eins von meinen was geht und dann CS oder CS ranken was von den beiden geht also viel spaß ok die erste runde geht los ich starte hier bei bär ranket im flugzeug schauen wir mal an hat sich ein bisschen verändert hier sieht anders aus naja dann schauen wir mal dass wir alles so hinkriegen wie wir da war die blaue zone immer noch erkältet zu welch heute auch kein live streaming machen ich werde das video machen dann fertig schneiden und da muss ich schnell einkaufen gehen medikamente nehmen und dann wahrscheinlich schlafen ich habe hier neuen charakter für sieben tage geschenkt gekriegt erstmal was heißt geschenkt ich habe den für sieben tage bekommen ich weiß wieso eigentlich dabei den charakter zu kaufen aber jetzt gibt es noch einen neuen charakter also ich habe noch vier charaktere die ich noch kaufen muss 10.000 gold habe ich noch dass ich mich dann überlegen ob ich jetzt einen von den anderen einen von den anderen beiden kaufe einer szenante ist einer ok down ist er jetzt kann ich endlich hier hochlaufen ich sag nur in die ich haben wollte daneben gesprungen oder ich bin nicht gesprungen ich bin gefallen da ist noch einer wo schieße ich dann überall noch nicht da wo ich ihn so auch immer mal schnell hinterher das ist glaube ich nur eine KI aber immerhin und wir bleiben erstmal hier ich glaube das war er doch oder komm letzte dann bin ich richtig gut ausgerüstet das sind zwar nicht meine waffen warte mal da ist so eine Torgi dabei oder sicher jetzt muss ich nur noch schnell irgendwie den Sniper finden also Sniper Gewehr eine Schildpistole auch nice das ist auch eine Torgi manchmal finde ich gar nichts und jetzt finde ich so oft also gar nichts mit Torgi meinte ich jetzt manchmal finde ich gar nicht die Torgi und hier ist gerade wieder so oft was könnt ihr denn am besten spielen auch mit Sniper oder oder Nahkampf je nachdem oder nicht womit ihr am besten spielen könnt was ist eure Lieblingswaffe oh schön jetzt habe ich hier doch eine Sniper gefunden Da haben wir gerade nicht da was, da hat er was angezeigt. Schön, die Teuge ein bisschen ausgeweitet, ausgerüstet, aufgerüstet. Wee! Schwiegumann ist die Führung da? aber ich glaube ich bin ein bisschen erkältet hier war ich doch schon mal ich bin die ganze zeit hier um und jetzt kommen alles zu mir das ist doch schön ich komme nicht hoch oh oi 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 Oh, das war's. ja es geht leider nur bei im pc sieben kills schon mal gut für leben noch für andere spieler oder kais das war mein schild da ist einer ich glaube der letzte war ein spieler so komisch rum gehüpft rum gehüpft ist der letzte so komisch okay ich bin diamant gut dann wird man sagen wir spielen die nächste runde css rinket oder normal ich melde mich erst bei renke dann wenn das nicht klappt nach einer minute gehe ich aufs normale viel spaß ok die nächste runde geht los css rinket werde ich bestimmt wieder verlieren bei den meisten sprichern mit gegen leute die in ein team spielen und ja was meinte ich wenn ich zusammen in ein team spielen die gegner dann sind die meist gut also ich kann nur ein bisschen stören nerven bei css rinket wenn ihr alle gegen also was heißt gegeneinander spielen wenn ihr keiner miteinander spielt was heißt miteinander ich meinte in ein team ist über headset dann wird es immer schwer was war das zwei schüsse und ganzes leben naja ok ich hab auch keine rüstung grad gehabt ich hab nur ein pilz genommen das nehme ich ein bisschen rüstung das 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 Wee! ich soll mich nicht als erster sterben das ist der andere schon wieder ein Schuss schneller kriechen mit einer Pistole geduldig wofür sorry ich habe nichts sorry sorry 0 3 um 1st Blatt ach Mensch CS rank gibt es so ihr wisst was ich meine so dann verteilen wir mal die likes an den spielern die besser als ich waren ich denke mal es sind fast alle ich habe 383 schaden ich bin nicht der schlechteste ich bin der zweitschlechteste okay gut dann will ich mal sagen was was für heute ich sage ich danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr aber am nächsten mal wieder dabei seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen ciao